Ja Haha, mach Oh man, da gammeln einfach noch zwei, ne? Näh Der NL ist einfach Da gammeln noch einer, Digga Scheiße, ob weiter Ey, Mann! Delfine, was ist das für ein Name? Buhrenkind Danke fürs Retten, wer auch immer da gerade geballert hat Meh Moa Nein, wo sind sie? Ja, moin, ich zieh einfach wo ganz anders hin Oh nein Ja, moin Ja, moin Oh nein Bitte teammate, bitte teammate, schieß doch teammate Erschwert mich in Ecke Boah 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 Der geht einfach raus Hahaha Woah Boah Ich bin so schlecht Boah, hätte ich den nicht bekommen Ja, das darf, Freunde, mach das bereit Boah, wer rasiert denn das so? Unser Teammitter ficken die Uhr Unser Teammitter ficken die Uhr Die hauen die Uhr weg Boah, krasser Boah Boah, ich seh nichts Ich seh nichts, aber ich mach einfach zwei Kits Boah Naas Boah, ich drück einfach nur schießen, Alter Wann der Ah, moin Ist das bitte für ne Runde? Die sind ja ärgerschlecht Die sind urscheiße Also ich krieg ein bisschen gedrückt von denen eigentlich. Ich hab gerade wieder Kill Chain gemacht. Die sind ultra schlecht. Die sind ultra scheiße. Super, super, Alter. Ja, Hitmarker! Ich hab vor zwei Rakete. Nice. Nice, Fabi. Das lade ich sowas von hoch. Das ist so ein Weltklasse-Gameplay. Ich sammle die ganzen Tags rein und dann haue ich mir noch Ding rein. Nein, sammle keine Tags, Burli. Ja, ich brauche noch ein paar. Alter, sind die schlecht? Ja, ne, Mann. Cheat, Alter. Die sind so schlecht. Heftig, wie kacke die sind. Hast du das gesehen? Machst? Er wollte mich messen lassen. Ja, ja. Oh, nein, jetzt holt er mich. Von hinten. Jetzt seh ich gar nichts mehr. Jetzt geht's ab, Freunde. Wer hat da Aircraft-Gunner? Ich. Haha. Nice. Ich hab da drauf getippt. Ja, ich hab da drauf getippt. Oh nein, 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 nein. Pff. Heftig. Also das ist... Oh mein Gott, das war eine Gottlobby. Hat er noch nie gehabt. Ja man, ist weg so. Ja, ich geliehen hab. Heftig. 39 ab. 56 Spiel. Boah. Boah man, Spraygottes Todes. Ja. Also die waren ja mal so ultra scheiße. Boah. Oh ne Witz, die waren so kacke. Alter, der eine hat... 7, 32, 7, 33, Alter. Und ihr macht einfach V2-Rakete am Allmann, kennt ihn. Was ist V... Was musst du raushauen für die V2-Rakete? 25 oder Gan-Strik. Hm. Also ich mein so... So Nuklear-Strikke selber einfach, wenn man mit Streaks auch kicken kann, aber... Gan-Kills halt auch mal. So. So.